Ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie eine Frühlingsschale mal ganz anders dekorieren können. Und zwar brauchen wir dafür eine Glasschale, dann diesen Kaninchen-Draht, Muscari, Lappenmoos, Blumenerde und Eferang. Als erstes brauchen wir ein passendes Stück Draht. Am besten einfach Glasschale auf dem Maschendraht draufstellen. So, jetzt legen wir um unsere Schale das Lappenmoos. Und jetzt wird der Draht nach innen gebogen. So, jetzt nehmen wir Erde in die Schale rein. So, einmal die Muscari. So, und jetzt die Lücken mit Erde auffüllen. Und jetzt dekorieren wir die Erde noch ein bisschen mit dem Treibholz. Die Eferranken stecken wir jetzt einfach in dieses Maschendrahtgeflecht rein. Und dann mit so einer Haarkrampe, mit so einer Drahtkrampe fixieren. Und fertig ist die etwas andere Frühlingsschale. Und dann können wir die Erde noch ein bisschen mit dem Treibholz.